Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man das Rasenroboter-Kabel verlegen und somit natürlich auch den Begrenzungsdraht für den Mähroboter richtig installieren kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige das Ganze mal bei meinem Works Landroid bei anderen Herstellern. Funktioniert es aber normalerweise relativ ähnlich und ich möchte zuerst mal mein Kabel oberirdisch verlegen. Dann lasse ich den Rasenmähroboter mal für circa einen Monat durchgehend laufen und dann kann ich nämlich schauen, ob mein Ergebnis wirklich super ist oder ob ich zum Beispiel an irgendwelchen Rändern vielleicht das Kabel noch etwas abändern muss. Wenn ich nach einem Monat dann zufrieden bin, dann kann ich das Ganze auch unterirdisch verlegen und bevor wir aber beginnen, sollten wir auf jeden Fall mal den Rasen mähen. Wenn der Rasen gemäht ist, können wir unsere Ladestation auch schon mal an einen schattigen Ort stellen, wo natürlich eine Steckdose in der Nähe sein sollte und hierbei ist eigentlich nur wichtig, dass das Ganze auf jeden Fall gerade sein muss, wie zum Beispiel mein Rasen hier oder natürlich auch auf solchen Terrassenplatten. Außerdem muss bei meinem Modell auf der Eingangsseite mindestens 80 cm Platz frei sein und auf der Ausgangsseite 30 cm. Da natürlich am besten bei die Herstellerangaben mal nachschauen und danach können wir das Ganze auch schon mit solchen speziellen Erdschrauben befestigen. Als nächstes müssen wir unser Kabelende erstmal entweder mit einem Cuttermesser oder mit so einer speziellen Abisolierzange abisolieren. Bei mir passen 7 mm relativ gut. Danach die Schutzkappe bei unserer Ladestation ganz einfach nach oben hin öffnen. Und wenn ich meine rote Klemme nach hinten betätige, kann ich auch schon den Draht ganz einfach hineingeben und sobald ich loslasse, ist dieser auch schon fest mit der Ladestation verbundene. Den Draht sollten wir noch in den entsprechenden Spalt hineinlegen und dann können wir auch schon ganz einfach unser Kabel im Garten weiter verlegen. Hierbei unterscheiden wir zwischen zum Beispiel einer festen Mauer und da sollte der Abstand zwischen der Mauer und unserem Draht auf jeden Fall 26 cm betragen. Und da ist diese mitgelieferte Schablone wirklich eine große Erleichterung, da wir diese einfach am Rand entlang geben können. Das andere Szenario haben wir bei uns im Garten hauptsächlich und zwar sollte da der Rasen auf dem selben Niveau wie zum Beispiel solche Terrassenplatten liegen, wo der Rasenmäherroboter auch ohne Probleme etwas drauf fahren kann. Dann sollten wir einen Abstand von 10 cm einhalten und da haben wir auch auf unserer Schablone natürlich eine Markierung dafür. Möchten wir um eine feste Außenecke rumfahren, dann gibt es hierfür auch eine spezielle Schablone, die wir auf jeden Fall verwenden sollten. Dann würde ich das Ganze wie zuvor auch einfach im Abstand von 26 cm jeweils verlegen. Dann hätte ich das Problem, dass mein Mauerroboter zwar von der Seite kommt, aber beim Umdrehen relativ sicher gegen diese Außenecke stoßen wird. Und deswegen müssen wir uns mal unsere Schablone dementsprechend hinlegen. Da ist übrigens das Ganze auch nochmal schön aufgedruckt und wir müssen nur darauf achten, dass wir auch hier unseren Abstand von 26 cm einhalten. Dementsprechend natürlich auch hier unsere 26 cm und dann können wir nämlich bei der Ecke hier außen das Ganze auch schon ordentlich rumführen und dementsprechend wieder an unserer Seite entlang fahren. Nun fährt unser Mähroboter nämlich erst einmal ein Stück von der Außenecke weg, dreht hier relativ spitz um und dann kommt er am Ende wieder bei unserer zweiten Seite raus. Und wir haben hier ein super Mähergebnis. Bei Innenecken schaut das Ganze schon wieder deutlich leichter aus. Da müssen wir nur auf unseren äußeren Abstand achten. Bedeutet einmal hier die 10 cm zum Rand einhalten und dann am Ende natürlich auch bei dieser Stelle unsere 26 cm. Bei festen Gegenständen wie zum Beispiel einem Blumentopf oder auch einer Wäschespinne fährt der Roboter normalerweise einfach dagegen und dreht dann in eine beliebige Richtung wieder ab. Wenn ich im Garten aber zum Beispiel einen Teich oder auch ein Blumenbeet habe, wo der Roboter natürlich nicht reinfahren sollte, dann muss ich daraus eine sogenannte Insel machen. Bedeutet einfach, ich komme mit meinem Begrenzungsrad von der einen Seite, fahre einmal zu meinem Teich rüber, dann verlege ich das Ganze im Uhrzeigersinn weiter und komme auf der anderen Seite natürlich, nachdem ich meine ganzen Abstandsregeln hier eingehalten habe, wieder zurück und kann auch dementsprechend wieder zu meinem Rand hier hinterfahren. Wichtigerweise ist nur, dass diese zwei Drähte sich bitte nicht überkreuzen dürfen und sie sollten aber trotzdem auch relativ nah beieinander liegen, denn dadurch erkennt der Roboter das nicht an und fährt auch ohne Probleme über die zwei Drähte drüber und hält aber seine Abstände zu unserem Teich ein. Jetzt aber genug zur Theorie. Normalerweise müsste ich meine Ladestation noch etwas weiter nach hinten setzen, dass ich natürlich beim Ausgang auch schon direkt meine 10 cm einhalte. Ich werde das Ganze aber eh noch woanders hinpacken, weswegen es für das Video auf jeden Fall reicht und zum Befestigen müssen wir mal unseren Draht jetzt halt leicht anziehen und danach können wir nämlich auch schon so einen Erdnagel an die entsprechende Position legen und diesen einfach mal in die Erde hineinklopfen. Und somit ist der erste Teil jetzt auch schon fest und laut Hersteller sollten wir das Ganze übrigens circa alle 80 cm befestigen. Falls dein Boden übrigens relativ uneben ist und doch einmal der Begrenzungstraat irgendwo etwas weiter rausschaut und somit auch relativ sicher vom Roboter einmal durchtrennt werden könnte, dann am besten doch mal zwischen zwei Erdnagel noch einmal einen weiteren einsetzen, dass natürlich das Ganze dementsprechend auch schön am Boden unten verlegt ist. Ich persönlich kann dir noch ans Herz legen, genug Kabelreserven in deinem Garten immer mal wieder anzulegen. Bedeutet einfach, wenn du in ein paar Wochen bemerkst, du möchtest zum Beispiel dein Kabel etwas weiter nach außen verlegen oder zum Beispiel noch einen Baum hier einpflanzen und benötigst neues Kabel, dann geht das natürlich relativ schlecht, wenn dieses schon straff am Boden verlegt ist und wir müssten es am Ende irgendwie noch bei unserer Ladestation vielleicht nachziehen. Deswegen einfach mal bei einem Erdnagel dementsprechend unser Kabel wieder zu dem Erdnagel von zuvor zurückführen. Hier können wir das Ganze auch schon unten durchgeben und dann natürlich im Garten weiter verlegen und somit haben wir hier jetzt nämlich noch Kabelreserve und diese drei Kabel werden aber wie zuvor bei dem Inselsystem auch nur als ein Kabel erkannt und wir haben immer genug Reserven im Garten. Bei der Ladestation angekommen, lege ich mein Draht schon einmal ungefähr hin und kann jetzt natürlich auch dementsprechend großzügig zum Beispiel mit einem Seitenschneider abschneiden, fädel ihn in meine zweite Führung ein und kann ihn auf die richtige Länge abkürzen. Danach das Ende wieder abisolieren, die Klemme drücken, mein Draht hineingeben und dann diese wieder loslassen und zum Schluss noch unsere Klappe wieder verschließen. Nun noch unsere Station am Strom anschließende und wenn die Leuchte wie bei mir durchgehend grün leuchte, dann haben wir auch unser Kabel ohne Unterbrechung richtig verlegt. Wie gesagt beobachte ich mein Mehrergebnis die nächsten Wochen erst einmal, kann mit der Kabelreserve auch dementsprechend nachkorrigieren und danach möchte ich das Ganze circa 5 bis 10 cm in meinen Boden hineingeben und hierfür am besten einfach mal mit einem Spaten einen kleinen Spalt machen. Danach diesen leicht hin und her wackeln, um den Spalt zu vergrößern und wir können unseren Draht auch schon per Hand mal etwas in den Boden hineingeben und dann zum Beispiel mit einem Holzstück oder auch mit so einem einfachen Maulschlüssel etwas tiefer hineinbringen. Danach noch mit einem Fuß den Spalt leicht zustampfen und wir haben das Kabel auch schon unterirdisch richtig verlegt. Möchtest du das Ganze aber trotzdem oben drüber lassen, dann sollte normalerweise nach ein paar Wochen auch schon Gras darüber gewachsen sein. Wie man jetzt übrigens die Mähroboter richtig in Betrieb nehmen, einen Kabelbruch finden und dann diesen natürlich auch reparieren oder das Kabel verlängern kann, dafür habe ich auch schon dementsprechend Videos auf meinem Kanal erstellt. Wenn du dir für zu Hause einen Mähroboter, Begrenzungsdraht, Erdnägel oder natürlich auch solche speziellen Kleppen für den Außenbereich zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und noch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.